Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video gibt es mal wieder ein Parfum-Test-Video. Ich weiß, ihr liebt das. Ihr schreibt mir das jedes Mal, wenn ich Parfums teste, dass ihr das total klasse findet und dass ich das öfter machen soll. Und dann butze ich das jetzt so sehr an, denn ich habe von Commodity ein Exploration Kit zugeschickt bekommen. Das ist keine bezahlte Werbung. Ich das auch mal ausprobieren wollt. Aber ich fand das so spannend, dass ich dachte, ich muss das ausprobieren und vor allen Dingen auch direkt meinen ersten Eindruck in dem Video festhalten. Denn in diesem Set sind 18 Düfte drin und sowas habe ich noch nie gesehen. Also wenn man ein Sampleset bekommt, dann sind das ja meistens drei bis sechs Düfte. Und hier ist es so, es sind sechs unterschiedliche Duftrichtungen und die unterscheiden sich in ihrem Duftraum. Das heißt, wie wirken die im Raum? Sind die eher körpernah? Sind die so ganz normal projizierend, dass man die wahrnimmt? Oder sind die eher so Beast Mode, dass ihr wirklich so einen richtigen Schweif, Duftwolke hinter euch herzieht? Und ich zeige euch mal, wie dieses Set aufgebaut ist. Das ist nämlich super interessant. Ihr habt im Endeffekt sechs unterschiedliche Duftrichtungen. Die heißen einmal Moss, Paper, Milk, Velvet, Gold und Book. Und die gibt es eben in unterschiedlichen Duftraumausprägungen. Und zwar, das sind die Varianten Personal, Expression und Bold. Ja, also eher körpernah, dann so ein bisschen so eine mittlere Richtung und eine sehr intensive Duftrichtung. Ich bin gespannt, ob sich auch die Noten unterscheiden werden oder inwiefern dann einfach dieser dichtere und etwas intensivere Charakter gewählt wird. Da bin ich echt gespannt, ob das dann einfach nur intensiver riecht oder ob dann noch was anderes hinzukommt. Irgendwie noch ein bisschen mehr was Animalisches oder keine Ahnung. Wir werden das sehen. Ich habe hier ein Heft mit dabei. Da steht das alles genau erklärt. Ich habe noch nicht genau reingeschaut, weil ich wollte euch meinen ersten Eindruck präsentieren, wie ich die Düfte generell finde. Und es kann natürlich auch sein, dass die mir nicht gefallen. Ja, also ich habe noch keinen Probegerochen. Hier sind solche Duftstreifen mit dabei und wir werden das einfach gleich mal ausprobieren. Ich hatte glaube ich mal in einer Glossy Box eine Duftprobe drin von dem Duft Paper. Der hat mir nicht ganz so gut gefallen. Also es war so, hat mich nicht so von den Socken gehauen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin gespannt, wie der mir jetzt gleich gefällt, weil der ist auch mit hier drin. Aber daraufhin haben mir einige von euch geschrieben, das ist der absolut beste Duft. Wo kann ich den kaufen? Und deswegen lege ich euch das Set auch unten in die Infobox. Ihr könnt das bereits für 38 Euro kaufen. Und wenn ich einen Rabattcode habe, schreibe ich euch den auch noch mal hin. Ich frage da noch mal nach, ob es da irgendwie einen coolen Deal gibt. Also schaut auf jeden Fall in die Infobox. Da stehen alle Informationen. Und dann bekommt ihr quasi 18 Düfte a 2 Milliliter für diese 38 Euro. Ist natürlich auch eine Menge, aber man kann sich dann komplett mal durchschnuppern. Und wenn einem vieles gefällt, lohnt sich es vielleicht auch. Also deswegen mache ich das Video jetzt, um euch einfach mal zu sagen, sind das so Düfte, die sich auch lohnen, die interessant sind. Für wen könnten die interessant sein? Und ja, also ich glaube, wenn sie gut sind, ist das auf jeden Fall nicht schlecht. Dann zahlt man so 2 Euro ungefähr pro Duft. Wenn mir die Hälfte gefällt, bin ich zufrieden. Also wenn ihr Lust dazu habt, zu sehen, wie meine Meinung zu diesem Set ist und ihr an dieser Experience mal teilnehmen wollt, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video und los geht's. Also ihr Lieben, es wird vorgeschlagen, dass man mit der Expression-Variante in der Mitte beginnt und dass man dann mal schaut, okay, welcher Duft gefällt einem sehr, sehr gut. Und man könnte sich vorstellen zum Beispiel, dass man den noch etwas intensiver will. Dann kann man in die Bold-Variante davon gehen. Und wenn man sagt, ach, da gefällt mir jetzt einer gut, aber ich hätte den gerne etwas leichter, ein bisschen körpernäher und nicht ganz so intensiv, dann kann man in diese Variante gehen. Ja, also das heißt, das sind die leichteren Düfte, die intensiveren Düfte und die normalen Düfte. Also das waren die ursprünglichen und diese sind quasi jetzt dazu gekommen. Die Brand hatte generell auch einen Relaunch. Also ich glaube, die gibt's schon seit 2013. Das war mal so ein Kickstarter. Dann sind die irgendwann vom Markt gekommen und jetzt werden sie quasi so revamped und launchen ganz neu, aber mit denselben Düften, mit Erweiterungen eben im Duftraum. Und ich finde das super interessant. Also lange genug rumgeschnackt. Wir starten mal mit dem Duft Moss, das ist die Nummer 1, die hier oben drin ist. Und den werde ich mir ja direkt mal hier auf so ein Ding draufsprühen. Und ich sage euch erst später, was es für Duftnoten sind. Ich gebe euch erst mal meinen Eindruck. Ja, also Moss, das riecht so nach Wald, Natur ein bisschen. Nach Moos würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich nehme auf jeden Fall einen kräuterigen, citrusartigen Duft wahr. Riecht sehr, sehr gut. Und übrigens sind alle Düfte unisex und die sind auch frei von irgendwelchen Talaten oder schlechteren Inhaltsstoffen sozusagen. Die sind so gegen Grausamkeiten und gegen alle möglichen schlechten Sachen in dieser Parfumindustrie und wollten das so ein bisschen revolutionieren. Also das riecht sehr gut. Ich könnte mir vorstellen, das ist ein super Office-Duft, sowohl für Mann als auch für Frauen. Für mich tendiert er ein bisschen mehr ins Männliche, muss ich sagen. Aber ich würde ihn auch tragen. Für den Sommer ideal. Riecht auch frisch sexy. Also ich mag sowas. Ich mag ja generell sehr gerne frische Düfte. Ich mag auch Gourmand-Düfte, aber so das ist ein idealer Duft für den Frühling. Also ich glaube, den würde ich sogar auch noch mal testen in einer intensiveren und in einer leichteren Variante. Wollen wir das direkt mal machen? Hm. Ich überlege mir das jetzt gerade, ob ich das am Ende machen soll oder ob ich das vielleicht jetzt mache. Also ich finde den sehr, 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 sehr gut. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, dass der mir gleich so gut gefällt. Moss ist schon mal nicht schlecht. Ich mache mal mit den anderen weiter und entscheide mich dann am Ende. Also die Düfte sind unisex, cruelty-free, parabenfrei und talatfrei. Muss ich nur mal gerade schauen, ob ich überhaupt hier richtig lag in der Beschreibung. Deswegen schaue ich jetzt doch mal in das Heft rein und sage euch, wie die Noten sind. The Triology of Fresh Green Scent Highlights Bergamot, Oak Mouth and Pettigran. Ja genau. Also Bergamot, das ist das, was das so ein bisschen zitrisch riechen lässt. Oak Mouth, das ist dann wahrscheinlich Eichenmoos. Und Pettigran ist auch sowas. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, was das ist. Aber das ist auch immer in solchen frischen Düften drin. So und dann ist das beschrieben hier. Und was ich jetzt gerochen habe, war die Expressive Variante, also diese mittlere. Sense Base, expressive, green and woody with a touch of morning dew. This blend of Oak Mouth, Cedarwood and Pettigran are reminiscent of a walk through the woods at dawn, wet, cool, clean and reviving. Okay. Und wenn man jetzt den Personal daraus wählt, dann ist der eben auch noch mit ein bisschen Musk, ein bisschen mehr fresh, ein bisschen mehr airy. Und wenn man die Bolt Variante nimmt, dann ist da zusätzlich auch noch Wacholderbeere drin, was ich auch ziemlich geil finde. Also ich glaube, das werde ich echt gleich mal in beiden Varianten riechen, um dann mal zu schauen, was mir da gut gefällt. Weil das ist auf jeden Fall etwas, was mich anspricht persönlich, was ich richtig gut finde. Schön. So, dann machen wir weiter mit Paper. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe den schon mal probiert. Ich weiß aber jetzt nicht, welche Variante das war. Und ich bin gespannt, wie der mir jetzt gefällt. Hm, okay. Das ist doch interessant. Oh, schlecht riecht der nicht. Der riecht jetzt nicht nach Papier. Ich weiß nicht, warum der Paper heißt. Hm, ich muss hier, glaube ich, nochmal einen Spritzer draufsprühen. Also das riecht sehr gut. Sehr interessant. Also ich kann das gar nicht richtig beschreiben, nach was das riecht. Das riecht frisch. Und die Duftnoten, ist schwierig für mich, die irgendwie zu erwähnen, muss ich ehrlich sagen. Ich muss mal hier reinschauen, was es sein soll. Crisp Sheets Manufactured from the Pulp of Wood. Ach, das ist so ein molekularer Skin Scent. Da ist Sandalwood drin und ISO-E super. Und deswegen wirkt der wahrscheinlich auch noch besser auf der Haut. Hm, ja. Das ist nicht schlecht. Das riecht wohl auch an jedem etwas anders. Den werde ich mir wahrscheinlich gleich mal auf die Haut sprühen. Und dieser Paper Plus, der hat dann so eine richtige, krasse ISO-E super Variation noch drin, dass es noch intensiver wird. Ich glaube, das mache ich gerade mal auch auf den Dings drauf. Oh, das riecht aber geil. Oh, das ist viel besser noch. Also das ist jetzt der Paper in Bolt. Da ist dieses ISO-E. Das ist so ein Molekül, was so super intensiv ist. Das riecht aber voll gut, muss ich sagen. Ich hole mir mal gerade einen Stift und schreibe mir das nämlich mal auf. Weil das riecht wirklich sehr, sehr fantastisch. Ich möchte aber, dass das Video natürlich nicht zu lang wird. Deswegen teste ich jetzt direkt mal Milk. Also bisher haben mir beide Düfte sehr, sehr gut gefallen. Und ich werde die natürlich dann nach dem Video auch in Ruhe wirklich mal tragen. Das ist jetzt nur so ein erster Eindruck. Und dann werde ich euch in Zukunft einfach mal sagen, was mir davon wirklich am besten gefallen hat. Das muss ich jetzt wirklich einfach mal ausgiebig austesten. Aber mit so einem Set kann man das natürlich gut. Wir machen mal weiter mit Milk, ja. Oh, das ist ja geil. Oh, das ist auf jeden Fall ein gourmandiger, süßlicherer Duft. Ich dachte mir, Milch? Nee. Aber es hat so was Milchiges, so was Cremiges an sich. Hm, oh, das riecht ja traumhaft, ey. Ich liebe ja frische Düfte, aber so was ist auch sehr, sehr gut. Oh, da könnte ich mir vorstellen, dass die leichtere Variante richtig sanft, milchig, cremig, so umschmeichelnd riecht. Ich glaube, da muss ich gleich mal die sanftere Variante auch mal ausprobieren. Ich glaube, eine stärkere Variante von der Milk-Richtung wäre mir wahrscheinlich zu dolle. Weil das ist schon sehr intensiv. Wow, wow, wow. Das ist richtig, richtig, richtig cooles Zeug, echt. So, das ist eine Marshmallow-Fragrance enhanced with Mahagoni-Wood und Tonka-Bean. Ja, das riecht auch. The cold milk accord adds a cooling element to an otherwise rich and warm fragrance. Und dieser Personal, der ist Amber Musk Lightwood's Worse Like a Sweet Sugary Hug. Genau, deswegen werde ich den leichten Milk auch mal testen. Und so werde ich das jetzt machen, so wie ich das empfinde. Das einfach so nach meinem Empfinden ausprobieren. Oh ja. Und die leichtere Variante ist noch ein bisschen besser. Für mich, die ist nicht ganz so dolle, sondern so ein bisschen sanfter. Oh, ich glaube, das würde auch meinem Mann super gut an mir gefallen. Das riecht so ein bisschen milchig, riecht das schon. Ja, das riecht irgendwie super gut. Also, ich glaube, ich sprühe mir den mal hier an eine Seite. Ich bin mal gespannt, wie der sich so entwickelt. Ah, das ist toll. Toll, toll, toll. Also, wow. Ich hätte nicht gedacht, dass die mir so gut gefallen. Wenn man diesen Milk Plus nimmt, also diesen Bolt, der hat dann noch Firewood und Amber und ist so ein bisschen orientalisch. Also, ich glaube, das werde ich vielleicht auch mal probieren. Aber, mh, das riecht erst mal wirklich sehr, 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 sehr schön. Also, gefällt mir richtig gut. Dann haben wir jetzt noch drei weitere. Wir machen mal weiter mit Velvet. Ich finde es auch interessant, das auszuprobieren, ohne vorher die Beschreibung gelesen zu haben von den Einzelnen. Oh, das ist was Florales. Das riecht man direkt. Ich weiß aber gar nicht, welche Blüten das sein sollen. Kann man schwer sagen. Das ist alles sehr gut ineinander verwoben, ohne dass man jetzt so intensiv eine Rose rausriecht. Rose ist es auch, glaube ich, nicht. Es ist irgendwas anders Florales. Ich werde das mal herausfinden. Aber es riecht gut. Es ist auch wirklich unisex, muss ich sagen. Obwohl es floral ist. Es soll tatsächlich Rose sein. A luxurious fabric woven from silk for a dense, soft rose petal texture. The trilogy reverts the true indulgence of roasted almonds, rose petals and amber. Okay. Also geröstete Mandeln, Rosenblüten und Black Amber. Ich weiß nicht, ob ich das rieche. Sehr interessant. In der Bold-Variante ist dann zusätzlich noch Amber und Patchouli drin, dass es so ein bisschen dunkler ist und auch noch mehr gourmandig ist. Und in der Minus-Variante, also in der Personal-Variante, ist noch zusätzlich Vanille drin. Ein Skin Mask, also Moschus, der so ein bisschen hautnah ist. Und es ist auch einfach so ein bisschen was leichter. Zusätzlich ist noch Cloaf. Das sind doch Nelken, ne? Und Vanille drin. Ich glaube, da werde ich auch mal die leichtere Variante. Also das riecht alles sehr intensiv, obwohl das hier noch die mittlere Variation ist, sozusagen. Super interessant. Also dann machen wir mal Velvet Light, Velvet Personal. Mal gucken. Ich glaube, gerade bei diesen intensiven Düften gefällt es mir, glaube ich, häufig, wenn es ein bisschen leichter ist. Also jetzt in der leichten Variante. Da nehme ich noch gar nicht so viel wahr. Also ich muss sagen, hier riecht man schon eher die Rose raus. Den muss ich noch ein bisschen wirken lassen. Ist nicht ganz so meins, glaube ich, diese Richtung. Velvet Minus. Also ist okay, aber haut mich jetzt nicht so ganz vom Hocker. Ist aber auch interessant. Aber irgendwie kriege ich den noch nicht so richtig. Ich glaube, bei dem brauche ich ein bisschen. Man muss den auf der Haut ausprobieren. Also ich glaube, generell diese Düfte kann man erstmal auf dem Streifen testen, damit man sich jetzt nicht 18 Düfte auf die Haut spürt. Aber dann lohnt sich das schon, das Ganze mal auf der Haut auszuprobieren. So, dann machen wir jetzt mal weiter mit Gold. Mal schauen, wie das ist. Und vor allen Dingen kann man sich ja darunter erstmal gar nicht vorstellen, in welche Duftrichtung jetzt Gold gehen soll. Also was würdet ihr denn denken, was Gold sein soll? Und habt ihr übrigens schon mal diese Düfte ausprobiert? Schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Würde mich echt sehr interessieren, ob ihr da schon mal was getestet habt. Ich teste jetzt mal Gold. Mh, oh, das riecht gut. Oh, was ist das denn? Das ist so angenehm. Richtig angenehm. Oh, das hat richtige Wohlfühlnoten drin. Mh, das ist auf jeden Fall ein bisschen süßlich. Auf jeden Fall was Süßes. Aber nicht zu süß. Oh, das ist richtig schön. Oh, das ist sehr, 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 sehr angenehm. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was das ist. Das kann man echt schwer beschreiben, muss ich sagen. Ich hoffe, das ist trotzdem hilfreich für euch. Sandalwood & Amber. Okay, genau. So in diese Richtung. Vanille, Warm, Glowing, Sand, Spotlighting, Vanilla, Sandalwood & Amber. Weil ja, ich glaube, das ist einfach so meine Lieblingsduftrichtung so mit. Mh, das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und genau so dieses Gefühl habe ich auch gehabt. Also es fühlte sich so unglaublich gut an. Das könnte so ein Signature-Scent werden. Also wenn ihr auf Vanille steht, probiert mal Gold aus. Ihr könnt übrigens auch kleinere Sets ausprobieren. Ihr müsst nicht das ganze Whole Exploration Kit nehmen. Ihr könnt auch entweder nach Duftrichtung gehen. Oder von allen sechs Dingern nur die Light-Variante haben. Oder ich möchte von einem Duft speziell alle drei Varianten haben. Ich glaube, das geht auch. Boah, aber Gold ist echt geil. Da ist auch noch dieses Iso-E Super drin. Vor allen Dingen in dem Personal. Und in dem Gold Plus, also in dem Bold. Da ist zusätzlich auch, sind da noch andere Gewürze drin. Die Nutmeg, also Muskatnuss und Safran. Ich glaube, das könnte mir auch gefallen. Ich muss mir das mal aufschreiben gerade. Gold. Und ich glaube, ich teste direkt mal Gold Plus. Weil wenn ich dann sowas echt so geil bin, so ein bisschen wirklich so süchtig mache, so ein bisschen so riecht das nämlich wirklich, dann will ich natürlich manchmal auch gerne noch ein bisschen mehr. Und Gold ist sowas, da könnte ich mir vorstellen, dass mehr besser ist. Mh, mh. Interessant. Hier kommen sehr stark die Gewürze raus. Ich glaube, es wird mir dann zu männlich. Merke ich direkt. Kann ich mir sehr gut an einem Mann vorstellen. Ist, glaube ich, für Frauen ein bisschen zu intensiv. Also für meinen Geschmack, ne? Das ist natürlich so eine schöne Sache, da das eh unisex ist. Zum Beispiel könnte ich mir jetzt vorstellen, ich trage den Expressive, die Expressive-Variante. Und meinem Mann sprühe ich die intensivere Variante auf. Und dann riechen wir ähnlich. Also in so einer ähnlichen Duftfamilie, aber mit einer unterschiedlichen Intensität. Und auch die Intensität kann ja einen Duft feminin oder maskulin machen. Ich finde, bei dem Gold ist es wirklich so, dass die intensive Variante entweder was für den Abend ist, für eine Frau, zum Beispiel für einen großen Auftritt, oder auch einfach für einen Mann, dann aber auch tagsüber, würde ich jetzt sagen. Also der riecht auch super, super gut. Nur für mich, glaube ich, ein bisschen zu intensiv. Ich glaube, ich finde den normalen Gold dann einfach, ja, gefälliger. Der riecht nicht so streng. Der riecht ein bisschen ausgewogener vom Geruch her. Und die Bold-Variante, die hat einfach noch so ein bisschen was Intensiveres, was mir ein bisschen zu männlich duftet. Und jetzt kommen wir zum allerletzten, und zwar Book. Und da bin ich gespannt. Book ist ja ähnlich wie Paper vielleicht. So ein bisschen was Frisches. Ein bisschen antiquiert vielleicht. Oh, das riecht geil, ey. Da ist ein Duft drin, ein Duftmolekül. Oh Gott, das ist der Hammer. Das ist genau mein Duft, was ich so gerne mag. Das ist genau die Richtung, die jetzt eigentlich noch gefehlt hat. Das ist eigentlich gar nicht der Name. Book dazu, finde ich. Aber ja, es ist so ein bisschen aquatisch. Oh, das riecht traumhaft. Boah, das muss ich mir aufsprühen. Nehme ich die intensivere Variante oder die weniger intensive? Ich finde das gerade sehr, sehr gut. Wow. Ah, das ist mein Duft. I know. Das ist der Hammer. Geil, was ist das denn für eine Note? Das ist genau die Note. Ich glaube, das könnte so ein, ja nicht Meeresfenchel, aber Wasserminze, sowas in der Art. Wisst ihr, ihr wisst ja, dass ich auf sowas stehe. Das ist, oh Gott, das ist echt. So, was steht denn hier? Dry, woody pages bound together with a crisp cover. A trilogy of nostalgic, crisp, woody scents centered around cedarwood and sandalwood. Finde ich nicht so ganz, muss ich sagen. Ich finde, das riecht ganz anders. It's complex plant of eukalyptus. Ah, das ist das. Cypress. Okay. And creamy sandalwood. Das ist das. Das ist so, ja, frisch. Wow, ich finde das so gut. Ja, dann ist das diese, was ist denn Cypress? Cypresse, gibt's das? Ja, Cypresse. Wow, das riecht voll, voll gut. Und jetzt muss ich mal gerade schauen. Wenn das die weniger intensive Variante ist, also die körpernahe, da ist dann noch schwarzer Tee und Inmask drin. Da mir das jetzt am allerbesten gefällt, werde ich davon alle drei Varianten ausprobieren und euch dann sagen, was meine Liebste ist. Ich meine, ich bin ein totaler Bücherwurm. Ich liebe Bücher. Ich lese jeden Tag mindestens eine Stunde. Im Urlaub dann gerne mal einen Roman. Deswegen passt das eigentlich total zu mir, muss ich sagen. Finde ich total cool. Okay, ich teste jetzt noch die helle Variante und die dunkle, also quasi die körpernahe und die etwas intensivere. Also die ist nicht ganz so gut. Diese körpernahe, die personal. Ich glaube, da fehlt einfach so das Eukalyptus und dieses, dieses so, dieses, was es so ein bisschen frisch macht, diesen Frischkick. Das fehlt da drin ein bisschen. Ja, und mit dem Mask, also das kommt, geht in eine ganz, ganz andere Richtung, muss ich sagen. Eine ganz andere. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt irgendwie was anderes erwartet, muss ich ja nicht sagen. Okay, Book Minus. Und dann testen wir auch mal den Book Plus, also die Bold Variante. Das ist einer der Bestseller. Da ist noch zusätzlich irgendwie Rauch drin und Velvety Mask. Also zusätzlich zu der Expression Variante. Ja, hier riecht man den Duft raus. Also ich muss sagen, Book und Book Plus haben eine Ähnlichkeit. Book Minus, so steht das auch da. Also dieser Personal Duftraum, dass es so ein bisschen leichter ist, riecht nicht so sehr danach. Wow, das riecht auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, Book ist voll meins. Und das ist auf jeden Fall Unisex, muss man ganz klar sagen. Das riecht sich sehr ähnlich, muss ich sagen, zu dem normalen Book. Also dieses Book Bold, das muss ich jetzt wirklich mal ein paar Tage testen. Ich mache mir den mal auf die andere Seite einfach, den Bold, um dann mal zu schauen, ob das nach ein paar Stunden was länger hält und so weiter. Auch so, dass die Bold Variante super von einem Mann getragen werden kann. Und die klassische Variante, die könnte von beiden getragen werden, aber ist auch auf jeden Fall für Frauen tauglich. Sehr gut. Also so schaut das dann immer innen aus. Da könnt ihr das auch nochmal kurz sehen. Mir hat das mega gut gefallen. Mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen inspiriert. Ich muss sagen, für mich lohnt sich dieses Set total, weil hier sehr viele Düfte dabei sind, die mir auf den ersten Eindruck gut gefallen. Kurioserweise ist Velvet, das was so in diese florale Richtung geht, doch jetzt gefällt mir das schon. Wenn das ein bisschen liegt, wow, das riecht voll gut. Ja, Velvet ist auch gut. Also ich glaube, ich werde die jetzt alle mal jeden Tag einen anderen wirklich komplett mich damit einsprühen und werde das mal ausprobieren, was mir dann am besten gefällt. Auf den ersten Eindruck würde ich sagen, Book ist mein absoluter Favorite. Moss würde ich einem Mann fürs Office empfehlen, ist No-Brainer. Also echt, können auch Frauen tragen. Paper muss ich noch ausprobieren. Milk ist ein ganz toller Schmuseduft, so richtig schön warm. Gold könnte ein Signature sein, ist richtig cool. Velvet riecht auch toll, muss ich echt sagen. Beide Varianten riechen wirklich sehr, sehr schön nach Hose und man riecht auch bei dem normalen Velvet jetzt doch ein bisschen auch die Mandel raus. Das riecht sehr, sehr gut. Das war nur auf den ersten Sprüher so ein bisschen intensiv. Also ich werde die weiter ausprobieren. Ich kann mit jedem Duft was anfangen. Ich kann das Set auch super teilen mit meinem Mann und ihm dann auch mal einen intensiveren aufsprühen. Mir gefällt es richtig gut, hat mir total viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch konnte es auch ein bisschen inspirieren. Wenn ihr Lust dazu habt, das Set zu testen, schaut in die Infobox, da habe ich es euch verlinkt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen und Erkunden. Ihr könnt da auch kleinere Sets bestellen, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich weiß jetzt schon mal, in welche Richtung das geht und dann könnt ihr euch da was Spezielles aussuchen. Also ich glaube, da werdet ihr viel Spaß dran haben. Ich fand es mega interessant. Und wie gesagt, falls ich irgendwie noch einen Rabattcode bekomme, schreibe ich euch das auch unten rein. Und ich habe auch gelesen, wenn ihr dieses Set habt und ihr wollt euch dann einen Duft nachkaufen, könnt ihr auf jeden Fall auch noch was sparen. Ich glaube, dann gibt es einen 15% Code, nur dass ihr da Bescheid wisst. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr generell auch auf Beautybox-Unboxings und alles, was so mit Kosmetik, Parfum und so weiter zu tun hat, steht, dann abonniert sehr gerne meinen Kanal, weil normalerweise gibt es hier Make-up-Tutorials, Beautybox-Unboxings und auch immer wieder Düfte, die ich vorstelle. Also rund ums Thema Schönheit, Kosmetik, gut riechen und so weiter. Wenn ihr Lust dazu habt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und ansonsten verlinke ich euch auch nochmal hier zwei meiner letzten Videos. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen und sage Tschüss, bis dann. Ciao.